Hallo und herzlich willkommen. Wenn euch der Unterschied zwischen einem Intel NUC für Office-Anwendungen und einem Enthusiast-PC interessiert, dann bleibt unbedingt dran. Neben dem klassischen Intel NUC für Office-Anwendungen gibt es mittlerweile auch sogenannte Enthusiast-PCs mit dedizierten Grafikkarten für Spiele und grafisch anspruchsvollere Anwendungen. Bisher habe ich weder Unboxing noch Produktvorstellungen oder Reviews gemacht, daher hier noch ein kurzes Intro zu meinem Kanal. Musik Da ich einen neuen Videoschnittrechner brauche, bin ich zu dem Intel NUC gekommen. Dieser hier verfügt über zwei Grafikkarten. Der PC sowie die Festplatte und der Arbeitsspeicher wurden selbst gekauft und nicht gesponsert oder zur Verfügung gestellt. Ebenso stehe ich in keiner Kooperation zu Intel oder irgendeiner der im Video zu sehenden Marken. Zum Rechner wurden noch passende Arbeitsspeicher und eine Festplatte gekauft, dazu später mehr. Wir beginnen mit dem Unboxing. Bei der Verpackung hat sich Intel wirklich mal Mühe gegeben. Ich hoffe, dass der Rest sich dem anschließt. Beim Herausnehmen vom Rechner fällt einem die Verarbeitung auf. Diese ist, obwohl es sich um ein Kunststoffgehäuse handelt, wirklich hochwertig. Auch sieht man direkt rundum zur besseren Luftzirkulation die wabenförmigen Lüftungsöffnungen. Neben dem Rechner befindet sich darunter noch einmal Garantiekarte, Kurzinfo und eine Installationsanweisung für die Peripherie. Im zweiten Stockwerk geht es dann weiter mit Netzteil und Zubehör. Neben dem Kaltgerätestecker findet sich gegenüber noch weiteres Zubehör. Zum einen wäre da der Standfuß, um den Rechner vertikal zu verwenden. Zum anderen noch ein Meserhalter im Format MISD. Das müssten einmal 75 und 100 mm sein. Und dazu Plexiglas bzw. Acrylglas schreiben, womit man das Logo anpassen oder individualisieren kann. Klappt man die Verpackung auf, findet sich noch ein Pack Schrauben und darunter taucht auch das Netzteil auf. Beim ersten Betrachten vom Netzteil wirkt dieses etwas ungewöhnlich, da es zum einen fast so groß ist wie der Rechner, zum anderen von Lighton ist und offensichtlich mit 19 Volt und fast 12 Ampere ein Laptop-Netzteil ist. Schaut man sich jetzt das Netzteil mal im Größenvergleich direkt mit dem NUC an, fällt auf, dass es auch fast dieselbe Größe hat wie der Rechner, womit der Formfaktor dann doch gleich etwas größer wirkt. Um die Festplatte und den Arbeitsspeicher zu installieren, muss erstmal das Gehäuse geöffnet werden. Nachdem die ersten 8 Schrauben gelöst sind, um die obere Gehäuseschale zu entfernen, müssen darunter nochmal 5 Schrauben geöffnet werden, um das Metallgehäuse aufzukriegen. Und dann, um das Metallgehäuse zu entfernen, um das Metallgehäuse zu entfernen, um das Metallgehäuse aufzukriegen. Hier sieht man auch mal den Intel NUC Schädel der 11. Generation. Mir gefällt der an sich ganz gut. Wenn ich noch irgendjemanden gefunden habe mit einem Plotter, lasse ich mir hier mal noch ein anderes Logo machen und zeige euch das in einem anderen Video. Das Öffnen der oberen Metallabdeckung sollte man behutsam machen, da links noch die Kabel sind für die EL-Folie. Und schon sind wir bei den Innereien und können jetzt Arbeitsspeicher und Festplatte installieren. Beim Arbeitsspeicher habe ich mich für die Maximalbestückung entschieden. 3200 MHz SO-DIMM als 64 GB Kit. Technische Daten könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, pausiert einfach das Video. Der Arbeitsspeicher wird genauso wie bei Laptops installiert in 10 bis 30 Grad Schräge eingeschoben. Dabei achten auf die Aussparung und dann nach unten gedrückt, bis die beiden Federklammern einrasten. Das gleiche noch beim zweiten Speicherbaustein machen. Und dann sitzt der Arbeitsspeicher schon mal. Als Festplatte habe ich mich für eine NVMe-Festplatte mit PCIe 4 Standard entschieden. Auch wenn der Rechner nur PCIe 3 hat, ist dann lieber dieser der Flaschenhals, als wie das die Festplatte nicht die volle Leistung bringt für den Rechner. Beim Installieren wird sie recht flach eingeschoben, auch wieder auf die Aussparung achten und mit einem Schraubenzieher befestigt. Damit einfach nur leicht andrehen, bis man einen Widerstand spürt und etwas weiter drehen. Nicht mit Gewalt, es sind keine mechanischen, vibrierenden oder ähnlichen Teile drin. Das heißt, die Festplatte rüttelt sich nicht wieder ab. Da mich der innere Monk gekickt hatte, musste ich dann noch die BIOS-Batterie abwischen. Wie da auch immer ein Fingerabdruck drauf kommt. Wenn beides drin ist, wird das Gehäuse wieder zugemacht und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Als nächstes kommen wir noch zum Standfuß für den vertikalen Betrieb. Dieser kann nur auf einer Seite befestigt werden, da nur auf dieser Seite Gewinne vorhanden sind. Auf der anderen Seite findet sich lediglich die Kensington-Aussparung. Beim Einsetzen in den Halter fällt direkt auf, dass der wirklich schwer und stramm reingeht. Also der würde auch ohne Schrauben nicht mehr rausfallen. Wenn er mal eingeschoben ist, steht der Nook an sich wirklich stabil und kippt auch nicht so leicht. Da mich aber der Weserhalter mehr interessiert, war dies nur ein kurzer Test. Der Weserhalter ist der gleiche, der in den Standard Intel Nux verwendet wird. Dazu gibt es zwei Sorten Schrauben. Habe ich euch hier einmal kurz eingeblendet. Einmal mit kurzem und einmal mit langem Schraub. Die mit kurzem sind für den Weserhalter, die langen sind für den Standfuß. An beiden Punkten auf der Rückseite einschrauben und dann den Weserhalter nach rechts einschieben. Das Ganze machen wir jetzt auch einmal im praktischen Beispiel, da wir den Weserhalter direkt an den Bildschirm schrauben. Eigentlich ist der Weserstandard dafür da, den Bildschirm an eine Wand oder an was anderes dran zu schrauben. In dem Fall hängen wir den ganzen PC einfach an den Bildschirm dran. Bevor wir jetzt zum Funktionstest kommen, wo wir die eine Seite gerade sehen, gehen wir mal noch kurz die Anschlüsse durch. Dann seht ihr die auch mal. Zuerst haben wir einmal 19 Volt Gleichstromanschluss auf der linken Seite. Danach von der RTX den Mini Display Port. Direkt daneben findet sich ein HDMI Anschluss. Und dann von der integrierten Grafikkarte der USB-C bzw. Thunderbolt-C Anschluss. Etwas weiter rechts folgen dann 4x USB 3.2. Natürlich darf auch RJ45 nicht fehlen. Und der optische Lautsprecher-Ausgang. Die Seite wird auch gleich bestückt. Einmal mit USB-Stick mit Betriebssystem. Dann USB-Dongle für die Maus. Mit Netzteilanschluss und HDMI direkter Monitor. Dann widmen wir uns in diesem Zuge auch gleich der anderen Seite noch. Was hier gar nicht auffällt, sind die ersten 4 Punkte. Das multidirektionale 4-Kanal-Mikrofon. Machen wir hier dann auch ganz links weiter, wo zuerst der Infrarot-Empfänger sitzt. Daneben der SD-Kartenleser. Dann kommen die Betriebsleuchten, die sich im Betriebssystem auch noch konfigurieren lassen. Der zweite Thunderbolt bzw. USB-C Ausgang für die Grafikkarte. Dann als Besonderheit einmal USB 3.2 und der gelbe ist hochstromfähiger Ausgang bis 2 Ampere. Etwas weiter wäre dann noch der Kopfhörerausgang und zu guter Letzt noch der Powerknopf. Nachdem alles verkabelt ist, probieren wir ob das Ding auch angeht. Der erste Start sieht schon mal vielversprechend aus. Das Logo an sich mag ich. Ist mal was anderes als BIOS-Bild. Man sieht auch, dass er direkt anfängt vom USB-Stick zu laden und das Setup zu starten. Falls ihr noch Fragen zum Rechner habt, stellt diese gerne in den Kommentaren. Wie lange das Installieren vom Betriebssystem wohl gedauert hat? Wie schnell die Festplatte der Arbeitsspeicher im Betriebssystem läuft? Wie geeignet der NUC als Videoschnittgerät ist? Das seht ihr alles in einem anderen Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, schaut gerne wieder rein und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal.